Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Q&A-Video. Ich hatte bereits hier gestern angekündigt, dass ich nochmal ein weiteres Q&A-Video mache und ihr habt einige Fragen gestellt und diese würde ich gerne heute wieder in diesem Video beantworten. Also legen wir direkt mal los und fangen wir mit der Frage ganz oben an und diese kommt vom Benjamin. Hi, ich würde mich interessieren, welchen groben finanziellen Unterschied Black Friday auf deine regulären Kursverkäufe macht. Super Frage, ich würde das Ganze mal differenzieren zwischen Udemy und anderen Plattformen. Also zum Beispiel auf Udemy ist es so, dass ich, als ich noch ein kleinerer Dozent war, also als ich am Anfang war und nur ein paar Kurse auf der Plattform hatte, dass ich da so ungefähr das 2- bis 3-fache tatsächlich an Einnahmen hatte. Jetzt ist es ungefähr so, dass der Faktor ungefähr anderthalb ist, das heißt, dass ich vielleicht 50% mehr mache als normalerweise. In manchen Fällen in guten Jahren verdiene ich auch ungefähr zweimal so viel. Es kommt aber immer auch so ein bisschen darauf an, wie viele Kurse ich in dem Monat launche. Zum Beispiel, wenn ich neue Kurse in dem Monat launche, dann sind die Einnahmen natürlich noch sehr, sehr viel höher. Und vor allen Dingen auch, wenn ich einen neuen Kurs rausbringe, wird der während Black Friday meist von Udemy relativ stark gepusht. Das heißt, da kommen dann auch noch mal einiges mehr an Einnahmen rein. Das heißt, dieser Faktor, sag ich jetzt mal, der ändert dann auch noch mal den übergeordneten Faktor. Das heißt, ob dann praktisch die Einnahmen zweimal größer sind oder 1,5 oder 3 oder was auch immer. Aber so, ich würde sagen, im Durchschnitt derzeit 1,5 bis 2 ungefähr. Super Frage. Was die anderen Plattformen angeht, ach ja, und meine Online-Kursplattformen. Was meine Online-Kursplattformen angeht, da habe ich bisher immer nie so wirklich ein Black Friday-Angebot rausgebracht. Deswegen, da passiert relativ wenig. Und was auch die ganzen anderen Plattformen angeht, da sehe ich eigentlich kaum Effekt tatsächlich. Sei es Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn Learning oder sei es zum Beispiel Skillshare oder so. Auf Skillshare kommt ein bisschen mehr rein, aber jetzt auch nicht sonderlich viel mehr. Ich bin ja nicht mehr auf Skillshare, aber früher, als ich auf Skillshare war, da kann man, wie gesagt, ein bisschen mehr rein. LinkedIn Learning und so weiter. Ja, da passiert eigentlich relativ wenig. Dann die nächste Frage kommt von Schwibschwub4life. Schöner Name. Nämlich, ist es zu spät, erst jetzt Ende 2020 oder Anfang 2021 mit Dropshipping anzufangen? Das finde ich sowieso immer so eine Sache, die wirklich eigenartig ist. Es machen immer wieder Leute Videos über das Thema, ist Dropshipping tot, ist Affiliate-Marketing tot, gibt es das bald nicht mehr und so weiter und so fort. Und man muss sich einfach mal fragen, was das überhaupt ist. Also zum Beispiel, was ist Dropshipping oder was ist Affiliate-Marketing? Und sobald man sich erstmal ins Gedächtnis ruft, was das ist, kann man grundsätzlich sagen, okay, es wird sowieso nie ein Ende haben. Ich meine, das Geschäftskonzept, etwas zu Dropshippen, das heißt, etwas zu verkaufen, obwohl man es nicht immer in der Lage hat und direkt die Bestellung weiterzuschicken, ist etwas, das für immer funktionieren wird. Dasselbe gilt natürlich auch für Affiliate-Marketing. Ich meine, das ist einfach nur ein Provisionsverkauf. Jeder, sag ich jetzt mal, jeder Person, die irgendwelche Leasing-Autos verkauft, ist verkauft auf Provisionen. Also zum Beispiel viele Leute, die zum Beispiel, sagen wir mal, Makler oder sagen wir mal Leute, die zum Beispiel Versicherungen verkaufen oder was auch immer. Das ist ja alles praktisch ein Provisionsgeschäft, nur dass bei uns halt Affiliate-Marketing im Internet ist. Also grundsätzlich wird das immer profitabel bleiben. Es kommt natürlich aber immer darauf an, welche, sag ich jetzt mal, Faktoren da mit reinspielen. Also zum Beispiel, es kann natürlich immer sein, dass der Staat einem einen dicken Strich durch die Rechnung macht, was bei Dropshipping vielleicht passieren könnte. Was Affiliate-Marketing angeht, glaube ich zum Beispiel nicht, dass da irgendwie der Staat einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und ich mache es mal kurz, es kann natürlich immer sein, dass zum Beispiel bestimmte, sag ich jetzt mal, Plattformen, auf denen man Werbung schalten kann, sei es Facebook oder so, dass die halt einfach zu teuer werden, aber es gibt immer noch Alternativen. Das heißt, es gibt grundsätzlich eigentlich immer Alternativen noch zu Werbequellen, das heißt zu Facebook-Werbeanzeigen. Gibt es dann zum Beispiel jetzt ganz neu Cora-Ads oder zum Beispiel Twitter-Ads oder Google-Ads oder was auch immer. Und wenn man sich halt mit einer Sache sehr gut auskennt und ein gutes Produkt hat, dann kriegt man es sicherlich auch über diese Plattformen, beziehungsweise diese Strategien verkauft. Aber super, super Frage. Dann die, obwohl der nächste Kommentar einfach nur von Noah, nämlich vielen Dank für deine Antwort, hat mir sehr geholfen. Mach weiter mit den guten Videos, vielen Dank. Dann Jasmin, oh ich bin gespannt auf das Video, du bist sehr motivierend für mich, vielen, vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt. Dann die, okay schon wieder, nämlich vielen Dank für deine Antwort, nicht zu danken. Dann einige schwarze Schafe, ja. Also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte ja praktisch im Video gestern gesagt, dass es einige schwarze Schafe gibt, das heißt in dieser ganzen Coaching-Branche, sag ich jetzt mal. Und das meine ich auch wirklich so. Ich meine, es gibt wirklich sehr, sehr gute Coaches dort draußen. Und deswegen finde ich es immer falsch, dann alle möglichen Leute zu, sag ich jetzt mal, zu, sagt man das auf Deutsch, auch dämonisieren, dass ich also praktisch sage, die sind alle schlecht, die ganze Coaching-Szene, die sind alle schwarze Schafe. Das ist nicht der Fall. Ich meine, es gibt wirklich gute Coaches. Ich habe ja selbst auch schon Coachings gebucht bei Leuten, die unglaublich kompetent sind. Und wenn es keine Coaches geben würde, dann würde einfach jede Person immer wieder bei Null anfangen müssen. Natürlich gibt es viele tolle, kostenlose Materialien dort draußen, aber wenn du eine Person hast, die dich an die Hand nimmt und mit dir wirklich diese ganzen Schritte geht, dann hilft das so unglaublich viel weiter. Deswegen, nochmal, ich werde niemals sagen, dass das alles schwarze Schafe sind. Es gibt ein paar schwarze Schafe, es gibt auch wirklich sehr, sehr kompetente Leute dort draußen. Dann, die nächste Frage kommt von Lina, nämlich, hast du eine bestimmte Vorstellung, bis wann du Arbeit möchtest, also alterstechnisch? Das hatte ich gestern, glaube ich, schon mal im Q&A-Video beantwortet. Und bei mir ist es so, ich hätte immer praktisch das Ziel, mit 30 irgendwann mal, zumindest für einige Jahre Pause zu machen, sodass ich halt noch die Jahre, in denen ich wirklich fit bin, nutzen kann, um zum Beispiel die Welt zu sehen und so weiter und so fort. Bloß, das soll sich ja eigentlich nach vorne verschieben, dass ich also praktisch, weil ich ja wirklich ortsunabhängig bin, reise und arbeite. Bloß, jetzt während der Krise kann ich das natürlich nicht machen, aber das wird das Ziel sein. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich keine Pause nehme und einfach weitermache. Und man sagt ja ganz gerne, Kopf in Kaviar, dass ich irgendwann mal, wenn ich, wie gesagt, solange ich arbeiten kann, werde ich arbeiten. Und es macht auch irgendwie Spaß, neue Unternehmen zu gründen, neue Einnahmequellen aufzubauen und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass dieser Spaß jemals verfliegen wird. Es kann aber sein, dass einfach die Situation in Deutschland, wo sie schon fast ist, tatsächlich so toxisch sein wird für Unternehmer, dass ich einfach nicht mehr Unternehmer in Deutschland sein möchte. Und hier aus Deutschland rauszukommen tatsächlich mit einem Unternehmen ist sehr, sehr schwer. Deswegen, es könnte sein, dass mich einfach Deutschland so sehr frustrieren lässt, dass ich es irgendwann aufgeben muss. Aber ja, ich hoffe natürlich nicht, dass es dazu kommt. Und vor allen Dingen, je größer du wirst und je mehr Geld du verdienst, desto mehr kommt man, finde ich, auch, wenn man wirklich networkt in Kreise rein, die einfach sehr, sehr gute Wege haben, um, sag ich jetzt mal, die Steuerlast legal zu drücken oder zum Beispiel Unternehmen so zu strukturieren, dass sie halt weniger angreifbar sind und so weiter und so fort. Deswegen, ich muss einfach mal gucken. Aber wie gesagt, Deutschland ist nicht unbedingt ein sehr unternehmerfreundliches Land. Deswegen weiß ich nicht. Vielleicht muss ich irgendwann aufgeben in dem Sinne, weil halt einfach es nicht mehr möglich ist, in Deutschland ordentlich Business zu machen. Oder natürlich, ich gehe vorher, wenn das irgendwie möglich ist. Bloß, wer weiß, ob das überhaupt möglich ist. Ich meine, Wegzugsbesteuerung, Entstrickung und so weiter und so fort sind jetzt schon dicke Probleme. Gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, ich kann so lange arbeiten, wie mein Körper es mitmacht und mein Geist es tatsächlich möchte. Also, ich plane nicht in näherer Zukunft irgendwie dann von meinen Dividenden oder was auch immer zu leben. Nein. Ich möchte schon noch lange arbeiten. Dann Wolfsfunger schreibt, super Video, danke für deine Antwort. Nichts zu danken. Dann, ich glaube, das ist eher hier eine Kooperationsanfrage. Ich werde, falls du, falls die Person es sieht, ach egal, ich antworte gleich hier drauf. Dann können die, wie gesagt, mich wegen dem Projekt anschreiben. Dann die nächste Frage kommt von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Fleece. Wie ist das mit den Steuern, wenn man auf so vielen Plattformen aktiv ist, beziehungsweise Geld verdient? Das ist natürlich ein riesiges Thema. Ich meine, die Frage ist halt, ja, also, wie ist das mit den Steuern? An sich natürlich, du musst Steuern zahlen. Das ist schon mal das A und O. Dann musst du halt gucken, wie genau versteuerst du es. Das heißt, ist es zum Beispiel so bei dir strukturiert, dass du bestimmte freiberufliche Einnahmen als Freiberufler versteuerst. Zum Beispiel Udemy ist eine freiberufliche Einnahme. Oder zum Beispiel Kindle oder zum Beispiel Coaching oder zum Beispiel seine eigene Akademie. Das sind alles freiberufliche Einnahmen. Das können wir zum Beispiel als Freiberufler versteuern. Du kannst natürlich aber auch weitere Gewerbe aufmachen, indem du beispielsweise ein Einzelunternehmen anmeldest, UG und so weiter und so fort. Und da gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Arten der Buchhaltung. Zum Beispiel bei ganz normalen Einzelunternehmen und bei Freiberuflern, sage ich jetzt mal, da hast du vor allen Dingen eine EÜR, die erstellt werden muss. Die macht mein Steuerberater für mich. Das heißt, da muss ich mich nicht wirklich drum kümmern. Und an sich, wie ich das mache mit so vielen Plattformen, ist es nicht sonderlich kompliziert. Ich meine, was die Plattform angeht, du musst halt einfach nur, wenn du kein Dokument von der Plattform bekommst, das deine Einnahmen belegt. Jeden Monat, wenn du eine Auszahlung von der Plattform bekommst. Wenn du jeden Monat eine Auszahlung bekommst, musst du denen einfach eine Rechnung ausstellen. Diese Rechnung muss natürlich korrekt sein. Viele Plattformen wollen diese Rechnung gar nicht mal. Das sind dann meist solche Plattformen, die auf dem Reverse Charge Prinzip nicht unbedingt basieren, aber die halt so mit dir Business machen, sage ich jetzt mal. Und diese Rechnung packst du in deine eigene Buchhaltung rein. Bei mir ist es so, ich mache einmal im Monat meine Buchhaltung, lege das alles praktisch einmal digital ab, speichere das Ganze natürlich. Und natürlich packe ich es auch nochmal als Kopie in den Cloud-Ordner. Ich muss natürlich auch speichern, wie ich meine Belege bekomme oder welche, sage ich jetzt mal, wie ich meine Rechnung und so weiter rausschicke. Das heißt, das muss ich tatsächlich auch abspeichern und dann drucke ich nochmal jeden Monat meine komplette Buchhaltung aus. Und dann habe ich es nochmal in physischer Form rumliegen. Das heißt, genau, das ist das, was man hier so beachten muss. An sich, wie gesagt, du musst dann einfach deine Ausgaben und deine Einnahmen immer belegen. Und wenn du auf vielen Plattformen aktiv bist, na gut, dann musst du halt jeden Monat an mehrere Plattformen diese Rechnung ausstellen. Ich habe für jede Plattform, habe ich praktisch ein Template. Das heißt, ich muss in jedem Monat nur noch meine Daten und die Einnahmen eintragen. Dann drucke ich einmal auf Exportieren als PDF. Und dann habe ich das, wie gesagt, exportiert. Und dann kann ich das Ganze abspeichern in meiner Buchhaltung. Und dann war es das Ganze schon. Also so kompliziert ist es im Echtsein gar nicht. Dann die nächste Frage kommt von Goodlife. Danke für die Q&A-Runde, nichts zu danken. Meine Frage, wie sieht es eigentlich mit E-Books aus? Hat sich in dem Business etwas verändert? Ist das immer noch profitabel? Was sollte man als Anfänger und Fortgeschrittener in 2020 beachten? Über dieses Thema wird allgemein immer wieder gesprochen. Ist der Markt gesättigt? Also zwei Dinge. Zum einen, jeder Coach, der dir sagt, dass zum Beispiel, sagen wir mal, diese Bücher nur noch irgendwie 25 oder 30 Seiten oder sowas lang sein müssen. Und dass man auch mit einem 4000-Wörter-Buch immer noch auf Amazon Kindle richtig gutes Geld verdienen kann. Da gehe ich mal davon aus, dass der nicht weiß, was er tut. Also an sich, ich kann dir einfach sagen, dass kurze Bücher sich auf Amazon Kindle in den meisten Fällen nicht mehr lohnen. Nochmal, ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich immer nur sage, okay, so ist das und es gibt keine andere Möglichkeit. Aber ihr müsst einfach nur mal in die Bestzeit reingehen oder mal ein paar Research-Tools verwenden, wie Helium 10 oder sei es nur eine Publisher Rocket oder was auch immer. Aber die Zeit von so ultimativ kurzen Büchern ist einfach vorbei. Ihr müsst große, gute Bücher liefern mit hoher Qualität und das ist schon mal so der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist natürlich, dass man auch mal probieren sollte, in andere Sprachen die Bücher zu übersetzen. Ich sage das nicht, weil es derzeit schon so gigantische Einnahmen gibt, sondern ich glaube eher, dass das die Zukunft ist. Dass man zum Beispiel in andere Märkte vordringt, in anderen Sprachen. Zum Beispiel die Märkte, die letztes Jahr am meisten gewachsen sind im E-Book-Publishing-Bereich, nur E-Book-Publishing-Bereich. Ist praktisch der Peru-Markt und der Kolumbien-Markt und der Philippinen-Markt. Und das sind natürlich alles Märkte, wo man sagt, okay, an die denkt man normalerweise so gar nicht. Das heißt, da muss man immer darauf achten, dass man nicht nur immer auf das schaut, was jetzt schon profitabel ist, sondern auf das, was sich eines Tages mal lohnen könnte und dass man diesen First-Mover-Effekt ausnimmt. Dass man also der Erste ist, der in diese Nische vordringt und dort dann auch Bücher publiziert. Ist der Markt gesättigt? Also, jein. Es gibt definitiv Sättigungseffekte an vielen, vielen Punkten. Man muss aber auch Folgendes beachten. Mit Werbung schalten kannst du viel machen. Ich persönlich schalte kaum oder keine Werbung. Ich habe es früher mal getan. Heute habe ich eher eine andere Strategie, die ich auch den Leuten in meinen Coachings beibringe, die sehr viel mehr auf Masse abzielt und weniger auf tatsächlich den Fokus auf die Optimierung von Ads für zum Beispiel einen Bucher dergleichen. Aber was ich euch grundsätzlich empfehlen würde, ist einfach so folgendes. Nämlich, wenn jetzt tatsächlich ein Markt gesättigt ist, dann müsst ihr halt schauen, dass ihr viele Bewertungen reinholt, dass ihr vielleicht auch Ads schaltet, dass ihr eigene Reichweiten aufbaut. Und sobald ihr erstmal das Buch über den Hang rüber bekommen habt, das heißt, wenn das Buch dann wirklich viele Bewertungen hat, gut gekauft wurde und so weiter und so fort ist, obwohl in manchen gesättigten Märkten kannst du eigentlich kaum noch was machen, aber wenn du extrem mit Masse vorgehst, also sehr viele Bücher publizierst und da, wie gesagt, coache ich eine bestimmte Strategie, dann lässt sich hier sicherlich noch ziemlich viel machen, auch in gesättigten Märkten. Dann die nächste Frage kommt von Edgar Bollo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oder Bollo. Welche deutschsprachigen Udemy-Kurse würdest du gerade jetzt noch am Black Friday empfehlen? Also noch andere Kurse, die nicht von dir sind, würde mich interessieren. Also wenn du nicht Kurse von Leon Schottari kaufst, dann kenne ich es aus einem anderen Dozenten, der nennt sich Leon Schottari Akademie, der ist gar nicht so schlecht. Oder zum Beispiel Business Hero oder Marketing Hero, das sind auch gute Dozenten. Nein, Spaß beiseite. Also ist natürlich auch mal die Frage, für was interessierst du dich? Ich meine, es gibt so viele tolle Dozenten auf Udemy. Zum Beispiel sei es nun, sagen wir mal, was IT angeht, ein sehr guter Freund von mir, Janis Ehmann, macht tolle, tolle Kurse. Du kannst auch zum Beispiel im Finanzbereich, da gibt es dann, ich denke, viele von euch kennen sicherlich auch seinen Kanal, Tobias, Tobias Becker macht tolle Kurse. Also ich würde dir Folgendes empfehlen, suche einfach nach den, ich meine, guck nach den Bestsellern. Ich meine, die Bestsellerkurse auf Udemy sind halt oft die Kurse, die auch in vielen Fällen tatsächlich am besten sind, obwohl es natürlich auch Ausnahmen gibt. Ich würde aber auch grundsätzlich Folgendes dir empfehlen, ich meine, du kaufst die Kurse für 9,99 Euro derzeit während des Black Fridays ein, schreib dich in die Kurse ein, die dich interessieren und selbst wenn die Kurse nicht perfekt sind, für 9,99 Euro hast du ja wirklich dann einen super Deal gemacht und wenn der Kurs wirklich vollkommen nicht dein Ding ist, dann hast du ja immer auch die 30 Tage Geld zurückgarantiert, das heißt, da kannst du dir auch dein Geld dann zurückholen, genau. Aber was IT angeht, wie gesagt, Janis kann ich dir sehr empfehlen, der Sianis Seemann, es gibt auch, obwohl ich, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß ja nicht, für welches Thema du dich interessierst, es gibt so viele tolle Dozenten und vor allen Dingen, ob du auch englische Kurse kaufen würdest, also, obwohl, welche deutschsprachigen Kurse? Dann, ja, im IT-Bereich zum Beispiel, Janis, im Finanzbereich zum Beispiel, Tobias Becker macht tolle Kurse, da kannst du auch, im zum Beispiel Photoshop-Bereich gibt es auch viele tolle Dozenten, also, ich würde einfach gucken, was dich interessiert und dann dich da einschreiben, da kann ich dir jetzt keinen expliziten Tipp, sag ich jetzt mal, geben, aber dennoch vielen Dank für die Frage. Dann kommt wieder von 1LKiller, oder ich hoffe, ich spreche das mal richtig aus, ist es deiner Meinung, ist es deiner Meinung, Streaming auf Twitch ein gut Einnahmequelle oder nicht? Kommt drauf an. Also, ich meine, wenn du keine Reichweite von anderswo auf Twitch ziehen kannst, dann brauchst du halt Ewigkeiten, um die Reichweite aufzubauen. Das Problem, was ich nicht unbedingt mit Twitch habe, was ich mit solchen Arten von Einnahmequellen habe, ist, dass es halt ein sehr, sehr, sehr langer Prozess ist, bis du bei, sagen wir mal, 1.000 Euro oder so im Monat bist. Zum Beispiel, wenn ich einen guten Udemy-Kurs publiziere, dann kann ich gut mal mit dem Udemy-Kurs 1.000 am Monat machen. Mit Twitch aber tatsächlich 1.000 Monat zu verdienen, dauert erstaunlich lange. Das heißt, wenn du, in Anführungsstrichen, jetzt, sagen wir mal, dir nicht zutraust, etwas anderes zu tun, dann, na klar, wenn es deine einzige Option ist, dann nehme auf jeden Fall Twitch. Bloß, wenn du andere Optionen hast, dann würde ich dir definitiv andere Einnahmequellen empfehlen. Das heißt, sagen wir mal zum Beispiel, ein paar Kurse auf Udemy zu publizieren, oder ein T-Shirt-Business aufzubauen, oder auf Amazon-Kindle zu starten, oder eine eigene Agentur aufzubauen, oder Fiverr, oder solchen Plattformen, wo man da halt sehr, sehr viel schneller, meines Erachtens, Geld verdienen kann. Im Long-Term kannst du aber sicherlich auch über Twitch extrem gutes Geld verdienen. Ich meine, man sieht es an den großen Streamern, aber nochmal, das ist so ein bisschen wie, wie in den USA Highschool-Spielern, die in die NBA wollen, von irgendwie 10.000, 100.000, schaffen es dann vielleicht zwei. Sollte ich nicht davon abbringen, aber nur halt, um dir, das mal so ein bisschen zu skizzieren, wenn du einen tollen Kurs auf Udemy bringst, dann musst du nicht, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, bis zu einem gewissen Grad das Glück haben, sag ich jetzt mal, dort erfolgreich zu werden. Ich weiß, Twitch ist nicht unbedingt Glück, aber es ist schon einfacher, sag ich jetzt mal, mit Udemy zum Beispiel Geld zu verdienen, oder mit Kindle, oder was auch immer. Dann die nächste Frage kommt von Michael Soremba. Hi Leon, würdest du nebenberuflich eher mit dem T-Shirt-Business oder mit Amazon KDP anfangen? Neben dem Icon-Business würde ich gerne eine weitere Einkommensquelle aufbauen. Welche ist deine Meinung nach mit einem Zeitaufwand von maximal 15 Stunden pro Woche lukrativer? Liebe Grüße, Micha. Super Frage. Ich meine, du hast schon ein Icon-Business, da kannst du sicherlich auch einiges noch mit deinen Icons machen und diese vielleicht schon direkt auf T-Shirt-Designs drauf tun. Das heißt, ich würde dir erstmal definitiv das T-Shirt-Business empfehlen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie viel Geld du tatsächlich zur Verfügung hast. Wenn du selbst designen kannst und wenn du selbst Bücher schreiben kannst, hast du bei beiden fast Ausgaben von null. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte keine Bücher selbst schreiben und ich möchte keine T-Shirts selbst erstellen, dann musst du halt einfach sehr viel Geld zum Beispiel bei KDP ausgeben, weil halt einfach ein Buch mindestens 600, 700 Euro oder sowas kostet und im T-Shirt-Business kann es auch gut sein, dass du da viele, viele 100 Euro an laufenden Kosten im Monat hast, wenn du nicht noch selbst die Designs abwandelst. Also mein Tipp wäre der folgende, wenn du schon Icons publizierst, dann definitiv T-Shirt-Bereich. Ja, das wäre kurz und knapp die Empfehlung, die ich dir geben würde. Super Frage. Dann letzte Frage kommt von One ohne Killer. Welche Unternehmen sind deiner Meinung nach die besten, die sich ein Minderjähriger aufbauen kann, die zum Beispiel skalierbar sind? Gute Frage. Also die man aufbauen kann und die skalierbar sind. Grundsätzlich, es gibt sehr viele Unternehmen, die skalierbar sind, solange sie halt nicht nur von dir abhängig sind. Zum Beispiel mein Coaching-Unternehmen oder mein Coaching, den Bereich von meinem Unternehmen, der im Bereich Coaching ist, den könnte ich keinesfalls skalieren, weil ich halt nicht mehr als, sagen wir mal, 16 Stunden am Tag arbeiten kann. Ich würde Folgendes machen. Also was Skalierung angeht, sicherlich ein T-Shirt-Business kann man sehr gut skalieren. Man kann sicherlich ein Online-Kurs-Business sehr gut skalieren. Man kann sicherlich ein KDP-Business sehr gut skalieren. Ein Icon-Business kann man gut skalieren. Man könnte auch FBA recht gut skalieren. Man kann einen eigenen Shopify-Store aufbauen, daraus ein Dropshipping-Business machen und so weiter und so fort. Welche sind die besten als Minderjähriger? Also da würde ich mal Folgendes sagen, nämlich als Minderjähriger sollte man probieren, möglichst wenig Risiko meines Erachtens einzugehen. Also jetzt nicht im Sinne von, dass man gar kein Risiko eingehen sollte, aber halt schon weniger Risiko. Es gibt einfach Businesses, die recht risikoreich sind und andere, die sind weniger risikoreich und gerade als Minderjähriger sollte man da ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich würde dir zum Beispiel Folgendes empfehlen. Sagen wir mal zum Beispiel, du gehst auf Udemy drauf. Da gibt es jetzt noch keine große Abmahn-Szene. Das heißt, das ist nicht das Problem. Udemy wäre zum Beispiel ein toller Einheimerkölle für dich sicherlich. Icons sind auch sehr, sehr risikoarm. Das würde ich dir sehr empfehlen. T-Shirt-Business und Kindle sind ein bisschen risikoreicher. Das heißt, da würde ich vielleicht eher erstmal für Minderjährige von abraten. Jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, kein Minderjähriger soll ein T-Shirt-Business oder ein KDP-Business aufbauen, aber man sollte halt schon wissen, was man tut. Und ja, ich glaube, das war es schon fast. Also ein Icon-Business und ein Online-Kurs-Business, das würde ich dir definitiv empfehlen. Ich glaube, das sind recht gute Einnahmequellen für Minderjährige. Gut, das war es nun hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne nochmal in die Kommentarsektion rein. Ich werde jetzt nicht noch ein weiteres Q&A-Video machen, aber ich werde gerne wieder eure Fragen beantworten in schriftlicher Form. Deswegen vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Vielen Dank.